Warum Ihr Unternehmen über Cyber Security nachdenken sollte? Die Bedrohungen aus dem Cyberspace nehmen weltweit rasant zu. Unternehmen werden regelmäßig zu Angriffszielen von Hackern. Mobile Working und Home Office vergrößern die Angriffsfläche zunehmend. Dazu kommen immer mehr Cloud-Anwendungen, die den Angreifern zusätzliche lukrative Ziele bieten. Lassen Sie Ihre IT also nicht länger ungeschützt. Mit Axions holen Sie sich einen kompetenten Partner an die Seite, der Sie zuverlässig durch die Welt der IT begleitet. Unser Security-3-Phasen-Konzept bereitet Ihr Unternehmen umfassend auf Angriffe vor, damit sie stets bestens gerüstet sind. So können Sie nicht nur finanzielle Schäden, sondern auch drohende Imageverluste abwenden. In der ersten Phase evaluieren wir, wie es aktuell um die Cyber Security in Ihrem Unternehmen bestellt ist. Aus insgesamt elf Modulen wählen Sie genau diejenigen aus, die Ihr Unternehmen benötigt. Die Services der Phase 2 überwachen Ihre Infrastruktur und Applikationen. Anormalitäten in Ihrer IT-Landschaft können in Echtzeit erkannt und analysiert werden. So können sofort Analysen und Maßnahmen eingeleitet werden. Und wenn Sie wollen, nehmen wir Ihnen sogar die komplette Verantwortung für die Überwachung und Analyse ab. Phase 3 hilft Ihnen im Fall der Fälle. Wurde eine Attacke erkannt, begleitet Sie unser Team, je nach Bedarf, über den gesamten Incident-Response-Lifecycle. Dieser umfasst sowohl Beweissicherung, Analyse und Bereinigung der Infrastruktur, als auch ein detailliertes Reporting mit Zeitleisten. Und dank des regelmäßigen Status-Updates sind Sie natürlich jederzeit über den aktuellen Status informiert. Auf Actions können Sie sich immer verlassen. Mit einem zentralen europäischen Security Operations Center, über 250 zertifizierten Security-Experten und einem dedizierten Team in Österreich sind wir Ihr Spezialist in Sachen Cyber Security. Überlassen Sie die Sicherheit Ihres Unternehmens nicht dem Zufall, sondern uns.